27 Minuten begonnen und diese Challenge ist abgehakt in den Sinne von sie ist geschafft und das im wahrsten Sinne des Wortes im alten Modus mit nur einem einzigen Skylander dann lass uns mal in Kretz und genießen diesen Abspann der Floorwind vor Toys 4 die gesamten Kretz sowas muss man sich auch reinziehen wenn man sowas Ehrenwürdiges geschafft hat die Kretz ok geht gut zu wissen aber sollte euch diese Challenge gefallen haben lasst einen Daumen nach oben da und wählt ein Abonnent um keine neuen Challenges zu verpassen und auch die aktuellen Inhalte es geht um sich zu abonnieren 2 3 4 5 6 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 12 13 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 20 Oh ja. That's right. That makes parts of a pig. And put armor on a wrist. And give it ears like a bitch. You can. Save the style of the boys. Make them have a partner. You're an actor. Sweet. Thanks, Tractive. Okay, now, we're gonna get back to the song you're coming up next. Okay. Everybody can be a creator. We can play a sad name. There's a magic name. Smash her. That's the class that we talking about. Axes crashing down fast. How we hit the ground. Hand in my hand. I'll pop a rise again in the green. He's from me. He's a traceratized man. 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 Oh. 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 Eh. Wii U spiel ich. Wii U. 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 Ich sag nur, es haben sehr viele an dieser Spiele gearbeitet. Und jetzt kommen halt diese klassischen in-game Dinger von alten Klassikern. Von früheren Teilen. Das war jetzt eben der Rap. Aber es läuft ja nicht mehr. Okay. Okay. Nein. Das ist mein Ende. Okay. Das war dein Ende. Alles gut. Kann passieren. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Passiert. Ob das nicht genau erkannt? Ich kann zwar gut lesen, aber wenn es halt so im hellen Grau ist und dann auch direkt die Schrift in Weiß, das kann man ja wohl schlecht lesen bei mir. Ich versuche in meinen besten Möglichkeiten, es zu entschlüsseln. Also wundert euch nicht, wenn ich dann versehentlich was anderes sage, als dass es geplant war. Und einen mehr. Ah, okay. 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 Das kann nur gut sein. Okay. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Ihr kommt schon am Sankt das Finale der Credits Das war's Hoffentlich hat's euch gefallen und ja Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, bis dahin alles Gute, haut rein Und viel Glück, wenn ihr Challenges wagt, so wie diese Bei dieser braucht ihr wirklich ne Menge Skill, um das zu meistern Wäre ich einfach so direkt auf den Gegner drauf gerannt, hätten wir alle gewusst, was passiert wäre Ich wäre definitiv erledigt Aber das war mehr als Skill, das wir können Okay, das war die Challenge gewesen Skylanders Imaginator Story Modus Im Albtraum Modus Mit nur einem Skylander Vielleicht werde ich irgendwann nochmal einen neuen Durchgang starten Aber mit einem anderen Skylander Wir wissen's noch nicht so genau Ich weiß es noch nicht so genau Aber wir werden es mal sehen Also, bis zum nächsten Mal Und jetzt Und dann Vielen Dank.